Das kommende Album von Gigi Anderson trägt den Titel Pulverschnee und Zärtlichkeit. Das Album erscheint voraussichtlich am 11. November über das Label T-Lamo. Alle weiteren Informationen zu dieser Veröffentlichung, die Vorbestellungslinks und die Titelliste findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr auch in Zukunft immer über neue Veröffentlichungen informiert werden wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angesehen habt.